das ist doch dann habe ich selber erstellt dass mich sagt was draufstehen nur sondern können wir doch selber stellen da war ich jetzt fast drei steaks die hüse kriegst nicht genau drei steaks ja gut zwei steaks und 51 oder so nein du kriegst drei steaks drei steaks und einen das ist ziemlich ungenau ich gehe zu den mieter und die farmen einer deiner Hunde hat Auer gehabt da ist ein bisschen geholfen ja wollen wir machen und hier schon ja gut ich habe nichts weiter dabei ja 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 ich gehe ein bisschen Quarz farmen ja 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 du hast hast du dich krevi warum johannes auf dich weil ich meiner sehr schlauen schwester erklären musste dass ich ihren computer gebannt hat geblockt habe aus dem internet weil der darauf lauter viren sind und jedes mal wenn das teilschen ins internet geht als konstanten tausender finden es will sie nicht kapieren ja und was er gesagt zu sehen jetzt haben sie nicht hier schnell angemacht müsst ihr sehen ob es mein internet gleich abkackt die immer noch Bäume ja ich bin sagt Quark Farmer alle um mich was johann johann der hat sich erst mal in der gruppe aufgeregt ich weiß was soll es mal wäre ich so schlau was ich gerade noch ich brauche mal wieder durch die wand in der war johann will dass wir das Teil den Server auf die Trados selber hauen warum weil er das bei ihnen draufhauen will mit dem er sehen kann wer welchen Block abgebaut hat also wenn er nicht zahlt ja wirst du scheinbar das soll ich schreiben schreibst du weil einen anderen Server zahle ich ganz ehrlich nicht weil die Trados dezent überteuert ganz dezent bloß nicht na nee da zahlst du dasselbe was du hier kriegst zahlst du da halt einfach mal so locker 35 euro Gott schon wer ist ein scheiß Gras Vieh ich ja jedes Mal fliegt so Gottlike man sieht ein johann ist zum flamen geworden ja auch zu wo ich will den genet schon geben mit meinem buch scheiß graus soll da auch das ist ein erster aber das der Wechsel und gar nicht gesichtet wie ein Garst bei mir und ein Zombie-Picken mit einem verzauberten Goldschwert was los hier wechseln wir haben nun verfeuert geschossen auf sein Haus ich denke jetzt die Fackeln das Haus an auf keinen Bock mehr nö außer du zahlst einen anderen jemand hat ist doch bloß weil da das Papierviech drin fehlt ist der dumm alter ja ich brauche hier ein bisschen Quarz schaffe ich dies ist schaffe ich nirgendwo so nirgendwo so ein Slimeviech mit mit nirgendwo ähm mit nirgendwo Eisenschwert will ich muss nur aufpassen ich kein Zombie-Pickman-Hitter das war jetzt ein Scheiß weil dann bliege ich drauf muss leider neunzern werden mal schön hier wieder alles normal bauen wo ist der Gast ich höre dich doch scheißviech wo bist du wo bist du weiß ich wer ein Gast weiß aber nicht wo er ist was ist nachher nix passt was herr was herr was herr was herr was nicht doch ich will es wissen ach stopp ne voll bestellt n mit da rein mit mit feine ich habe antworten einfach nicht mehr oder schreibt um als es ein Community Projekt mit mit aber so macht es einfach kein aber Spaß zu spielen das war doch vor allem so ein Scheiß-Creeper-Junge man muss erst mal wieder flamen mit also ebenso lang besser weil hier noch läuft bleibt mal auf dem Server ja denn wir schauen wie viel wie viel wie wir haben wie viel Slots unbegrenzt unbegrenzt ich schau mal schnell wie viel vergleichbare nitrale Server kostet ja auch mit unbegrenzt Slots und unbegrenzt RAM zahlst du gut 50 Euro habe ich schon mal geschaut du du Prozent Prozent die Kraft als lehrer war schön schnell so ab 4 Euro alle fünf sieben so das Kugel doch also wie viel sind im Moment haben und nicht von 9 schon mal die Wurzelgruppe sind alle drinnen der Robi kommt vielleicht noch dazu weniger 16 Teilnehmer ich meine sind in die alle 16 drauf bereichend sechstens not Prozent es sind Ultimate also als Ultimate zahlen beachten wird es 28 50 das war die Johans Hagen von der 18 Euro ein was ist in der Standard selber und seitens was ist auch ein Unterschied zwischen Standard und Ultimate mit naja Ultimate hat die ihre 8 er wird werden Standard hat 256 mp um wir brauchen mehr als 8 GB es wird so laufen soll wird ist mir schon klar wir brauchen mindestens advanced damit wir Motsdraffung können das sind dann 30 1750 also ich schreibe sie im Monat oder was ja wie man es gibt was das ist er nur etwas ist er vor uns so wie viele FFM und Lärm sind 4 GB er hat du brauchst und die Mensch keine 8 Gier bei Trenzenden Server wenn der mit 16 Leuten gleichzeitig laufen soll er hier die Spieler steht ich kann die Spielerzeit das ist sogar angepasst nämlich wenn ich m alt Prozent 20 Schlotz geht dann ist profession dann ist professionell auch schon mehr er die Arbeit lieb Alb pollen das you ihr ihr Bis zum nächsten Mal.